Ich bin kurz, es ist sehr bald. Echt jetzt? Aber was hast du gemacht? Du bist gerade mal eine Minute im Game. Ja, wenn ich hätte einen Pfeilgefrasch nicht aufsammeln sollen. Ja, du musst ja nicht gleich annehmen. Hey, du läufst daneben hier. Ja, ja, ich bin noch nicht tot, aber ich bin vergiftet definitiv. Ah, ich sehe, wie du Leben verlierst. Kannst du dich anstecken? Was? F ist deine Uhr, Tab ist deine Münze. Ah, dann bockst du mich erst mal. Willst du mich verarschen? Ja, lass mal hier runter zum Wasser. Bist du da? Oder guckst du immer noch deine Wunde an? Oh, du bist schon echt übel am Sterben, gell? Was ist, wenn du jetzt stirbst, bis du dann wanderst? Weiß ich nicht. Also ich würde mich mal Porsche... Oh, was ist hier? Unbekannte Nuss. Die hilft dir bestimmt bei deinem Problem. Ja, und... Lass mal zum Wasser runter. Wir brauchen erst mal, ähm... Steine, glaube ich. Wasser, unsicher. Guck mal, ich empfehle dir hier, das zu trinken. Ich glaube, gut. Unsicher ist immer gut. Ich bin schon am Dehydrieren. Ja, hier unten hat es eine schöne Wasserquelle. Aber du hast schon nicht irgendwas gerade gesagt? Was? Nein. Einfach hingehen und E drücken. Fuck. Oh, shit. Oh, shit. Holy shit. Alter, was hat mich denn gerade angegriffen? Alter. Ich kitt, Alter. Oh, shit. Im Hintergrund dringst du so das Wasser. Alter, guck mal meinen Arm an. Ich krieg's kotzen, Alter. Mich hat gerade irgendwas angegriffen in dem Busch. Ich kitt, Alter. Alter, das Game macht mich fertig. Und wir schmiert gerade mal eine Minute. Shit. Ey, du verlierst immer mehr Leben. Jetzt trink doch nochmal von dem dreckigen Sülzwasser. Hier ist die Schnecke. Apfelschnecke. Groh. In Verwendung. Geh weg. Wart mal. Alter. Sie krabbelt irgendwas. Sie hat mich nicht angegriffen. Ich hab Fieber. Oh, Mann. Was ist mit dem Game? Wir haben doch extra so leicht genommen. Tagebucheintrag. Okay. Achso, ich hab nur ein Tagebucheintrag bekommen. Über Fieber. Oder hab ich jetzt Fieber? Wart mal. Medizin. Oder kraschelt wieder was. Alter, das Game macht mich fertig, Mann. Das Game macht mich fertig. Immer sauber oder abgekochtes Wasser trinken. Andernfalls tot droht Parasitenbefall. Alter, du bist nämlich gestorben gerade. Da liegt der Vertrauch, ich hier rum. Kann ich dich ausräubern irgendwie? Ja, das ist ein Arme. Vielleicht kann ich dich einsammeln? Und essen oder so? Ich bin schon am Arme. Oh, ich hab deine Stöcke. So, okay. Bist du jetzt wieder da oben gespawnt? Oder sehe ich dich irgendwo auf der Karte? Ja, ich komm bitte. Oh, Mann. Ich bin auch am Sterben irgendwie. Hattest du hier nicht irgendwo Steine? Wir brauchen so eine komische Pflanze. Also du bist da mit halb, halbem Leben, gell? Lass uns mal hier oben lang gehen. Da unten war es irgendwie übel gefährlich. Wir brauchen, glaube ich, so gelbe Blüten. Und shit, Mann. Bananen. Gibt es irgendwo Bananen zu essen? Oder Kokosnüsse oder irgendwas? Ah ja, jetzt pfeift dir nicht gleich wieder einen Pilz rein. Dann nimmst du das mal nur mit. Dann nimmst du irgendwas. Ja, das bin bestimmt ich. Nein, nein, das ist irgendein Tier. Bestimmt irgendwie. Tierexkremente. Nehmen. Ja, ich geh jetzt auch direkt da unten irgendwo. Starte ich immer wieder da am Spawnen. Das ist... Ah, hier ist ein toter Frosch. Riesenkröte. Nehmen. Unbekannte Nuss. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn ihr alles tot rumliegt? Haben wir Ahnung. Was ist denn das hier? Ah, ich schlaf gerade, gell? Unruhiger Schlaf. Was? Unruhiger Schlaf. Zauldeitz. Was? Molineria. Guck mal, neben meiner Leiche ist so eine Pflanze mit gelben Blüten. Die brauchen wir, glaube ich. Das ist so eine Pflanze mit gelben Blüten. 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 Vielen Dank.